Guten Morgen meine Damen und Herren! Es ist eine Ehre dieses Web Leader Award des Jahres von euch willkommen zu haben. Wir sind hier gerade auf Facebook, Palo Alto, Kalifornien. Mein Name ist Javier Oliver und ich lege das Auslandsgeschäft für Facebook. Wir haben gerade Facebook auf Deutsch gelauncht und wir freuen uns, wenn wir euch alle auf Facebook sehen. Bis bald!